wenn du ne quest abschliessen kannst ist der punkt orange ne und nicht mehr ja ja ok gruppe geht immer doch nicht was ist das für ne scheiße das ist doch kacke ich sehe hier einen blauen punkt auf der map aber ich weiß nicht was es ist es kommt auf jeden fall in meine richtung käfer ich glaube weiter einfach weiter am fluss hinter mir oder vor mir vor dir da soll ich dir mal einen schuss in rücken setzen eigentlich müsste ich alles um ein level one schatten schaffst du bestimmt mit der waffe wie viel abgehast 100 irgendwas ich habe ja schon 400 163 ich meine kannst du maximal haben 600 ach so ja gut dann wird kritisch vielleicht 609 naja das könnte noch passen also hier unten wäre der nächste Übergang ne einmal hinsitzen als ob du dich hinsetzen musst ja ich hab ja kaum Leben ich hab noch halbe Ausdauer ja weil ich kein Leben mehr hab halt an halt an ist auch ne feststellung äh wo ist das inventar da ein ähnliches mit modul ist bereits installiert was 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 da aufsammeln weiter gehts wie er da hingreift so übel stumpf was was ist das aber auch für ein langer Lümmel diese scheiß Waffe alter sehr erotisch Eidechse Zähne auch wenn es die Klaue der Eidechse ist sind auch die Zahn ne ne die Klaue der Eicheldechse keine Eidechse ja ich weiß aber es ist jetzt ne Eidechse weil das Spiel sagt Eidechse also Eidechse ich hab auch noch nie ne Eidechse auf zwei Beinen gesehen doch das geht da gibt's doch auch so ein Meme von hatte ich dir das nicht aufgezeigt dieses Video keine Ahnung wo diese Eidechse so übel schnell weggerannt ist ach so ja das kennt man die ist auch auf zwei Beinen gerannt mhm ja aber ich meine jetzt normale Eidechsen Eidechsen das weiß ich nicht was passiert eigentlich wenn man in der Safe Zone in das Wasser rennt stört man dann auch geht nicht ne 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 hab ich schon probiert ach so ja Problem ist hier gibt's nur kleine Eidechsen die bringen uns nöscht ne die droppen kein gutes Fell ja Eidechsen Fell genau das war aber viel Fallschaden ja bei mir auch 94 Alter 95 sogar 10 Millionen wir gehen durch den Teleporter ne wollen wir nicht bei Kuzmich erstmal Dingens auffüllen ne einfach durch den Teleporter dann sind wir doch schon da ist gleich weit äh rechts von uns ist vor uns was das vorhaut was was ist denn das was ist denn das irgendwas kleines ach so ein so ein schlabbervieh ein B.O.B. mit einem Käfer 8er ne ein Käfer ja aus ne alter guck dir links an wie viele Käfer da sind jetzt ey warte mal oh Kiste ist die Munition die ich brauch ne FMJ für mich ey das ist meine oder ja also ich brauchst du nicht aber FMJ die ist kacke ja aber Gold die ist gut ey das ist das ist für meine Waffe hier warte aber die ist doch nicht Gold nochmal doch guck dir die Munition an die rot die hier schieße ich nochmal und das ist die Billig Munition davon hier ein Schuss 8 Dollar Alter du verschießt ja Geld ja deswegen benutze ich die Waffe eigentlich auch ungern ich müsse halt mal wieder nach da unten kommen und die andere holen weil die liegt äh unten in dem Dorf in ein großes Dorf ja genau deine Ladebildschirme immer hm schlimm ey in der Stadt kann ich gleich mal gucken ob einer meine meine Panzerplatte gekauft hat ob einer meiner kann ich gleich mal gucken ob noch jemand Eidechsen Gift gekauft hat aber das Eidechsen Gift holen wir uns am besten erst ab wenn wir die Ratten scheiße zusammen gesammelt haben und da unten waren ne bist du nicht grad straight durch den Tornado gerannt? nö ich bin dran vorbeigegangen der ist rechts ja so einen rechten Tornado den muss man schon umgehen ne ne ja so und äh 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 ja das ist der den du mir grad gegeben hast genau das ist der und die 23 hab ich der 23 ist glaub ich kacke äh äh und dann hab ich noch die 22 äh und 22 äh ja sind beide kacke so sehen die auch aus 22 23 ist kacke 21 ist auch nochmal 2 Goldbarren ich hab auch 2 Goldbarren ne von den Wildschweingedöns da geholt mit Schlüsselnummer 1 ähm aber da sind halt übel fette Wildschweine ja dann lass mal lass mal denn jetzt äh also hast du jetzt Essen gekauft schon? ne 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 musst du auch nicht weil ich hab hier noch so 20 Malfleisch ja ich wollte ich wollte mir jetzt einfach mal noch Heilung kaufen ja und dann losziehen ich werd jetzt erstmal diesen scheiß Revolver hier verscheuern weil der mir eh nichts bringt weil ich den nicht reparieren kann und in der Kommissionsvergütung hab ich noch mehr als genug Eidechsen gegeben ja äh ja gut dann kannst du eh nix raus so bestimmt ne oder kannst du das? aus der Kommissionsvergütung klar ja wieviel brauche ich denn von dem Gift? 20 ne? ne 30 also brauche ich noch 13 noch 13? ja dann komm ran hier äh warte aber aber lager das ein ne? was meinst du jetzt? lager das Gift ein das machen wir dann nachher äh Silzen Biomaterial verscheuern ne? ja weiß ja ne du kannst eigentlich nur stimmt machen gut dann wird das verscheuert der schickt uns doch zur Mine wir müssen doch unten raus ne der rechte schickt uns zur Mine ach stimmt also der linke wir müssen halt nach rechts gehen der der ist bei mir blau ich weiß schon also ne und so ich ich kann das ist der nicht unten links also genau links von der Stadt? ja einfach nur nach links raus genau ja den meine ich ja ja den meine ich auch boah ich hatte immer welche Probleme den von der Mine hier hoch zu finden alter der ist doch einfach im Wald ja aber da sind zwei und der eine funktioniert ja nicht ja ich bin ich hatte den Marker irgendwo da gesetzt und wusste immer nicht ganz genau ob der andere jetzt weiter hinten links oder rechts war ja ich hab meine Marker immer alle korrigiert ich hab die dahin gesetzt wo sie auf der Karte zu sehen waren und dann nachjustiert ja ich weiß gar nicht nimmt der Schalldämpfer eigentlich äh Schaden weg von der Waffe? ach keine Ahnung aber was ich mich ja frage du zum Beispiel du zielst von 400 Meter Entfernung auf dem Bildschwein schießt mit Schalldämpfer geht es dann zu dir? weiß ich nicht die müsst ihr mal ausprobieren mit der Pistole aber ich glaub auf 400 Meter ist es ja genau das ist ja das und die nimmt auch so ein Visier halt nicht die nimmt nur das Visier was da drauf ist Punkt X oder was das ist hm ja ich hab mir die billige Variante davon gekauft die ein bisschen mehr Schaden macht die GSTH oder was? ja weil ja weil die macht ein bisschen mehr Schaden und ich möchte da sowieso kein Visier drauf haben und Schalldämpfer brauch ich auch nicht doch ich finde das mit dem Visier eigentlich gar nicht schlecht hm ja ich hab die so gekauft wie sie war ja deswegen 2000 billiger oh nein das ist wieder die Endlosschleife kann man aus dem Spiel raustappen ähm ich musste nämlich zu meinem Desktop so dann machen wir das mit der Mine dass ich auch mal ne Panzerplatte in meiner meinem Panzerdinger ach scheiße das geht nicht ja egal ich wollte eigentlich meine Lüfter auf voll stellen aber geht wohl nicht machen wir das dann bei der Mine und dann holen wir uns das Rattenzeug entfahren wir die Ratten diese Ratten diese Ratten und das sind das sind das sind das sind geistig behindert ach wusstest du wenn man Lagerfeuer aufstellt dass man da respawnt ja warum hat mir das nie jemand gesagt aber nur einmal ach oder war das nicht so ne auf dich läuft ne der läuft an dir vorbei der Köter hm die mögen mich ich renne ich renne straight geradeaus in das Ding rein zu kommen ja ich renne jetzt einfach zum Eingang boah jetzt hab ich einen Köter hinter mir ne hab man nicht gerade gehört wie ich geschossen hab ne ne doch echt ne klar ach war das mit Schalldämpfer mhm ach es hat ja nicht mal Fleisch dabei ach so weil du hier dabei bist hier bist ja ja also jetzt fahr ich das Jagdgewehr aus das hört man besser ich finde dieser Mann ist so eklig das ist aber auch ein riesen Teil ne ein riesen schlong ich hätte gerne mal ne bessere Waffe aber ich brauche jetzt ein Moped das Problem ist du kannst es also du kannst es benutzen aber es bringt irgendwie auch nichts weil ich eh immer hinterher rennen muss ja du wirst wahrscheinlich anders viel Sprit brauchen dafür ne nja so viel ist das glaube ich gar nicht ich würde sagen wir gucken erstmal einmal oben rein wie meinst du da es kann auch sein dass ich in diesem Lager den Schlüssel vom NPC hab ja deswegen weil ich kann mich an Schlüssel Nummer 1 erinnern es kann nämlich auch sein dass ich hier die Waffe hab ich weiß nicht wo ich die hin getan hatte na hier auf jeden Fall nicht Alter es war 77 von den Radiergummis Alter Schlüssel 23 hab ich auch ich hab nen Schlüssel Lagerfeuer hab ich hier auch ich hab hier alles 194 Kohle ja also weiß ich nicht ich hab hier irgendwie alles was man zum Leben braucht ey 77 Radiergummis die könnte ich doch für nen billigeren Grundpreis verkaufen ne warum hab ich denn hier so viel Scheiße drin und das Isolierband überall du das frage ich mich grad auch warum ich hier so viel Scheiße drin hab ich glaub sauer möchte ihn mir keine Aufgaben mehr geben weil ich ihn betrogen hab mit der Waffe soll ich nen Lagerfeuer mitnehmen ja wär ganz gut aber da kann ich nicht respawnen ne ich hab irgendwie überall Lagerfeuer also brauch ich nicht was darf Schlüssel 17 hatten wir denn auch schon geguckt was der kann ne ach Müll Alter was denn hier für nen hm hm warte another girl oh warte 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 komm mit folgt uns einer hm ich bin grade bei ihm hier warum er will immer noch 200.000 dieses Stück Scheiße links 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 zu dem turm zum turm die tür hier die grüne aufmachen ach das direkt hier in der kiste müsste die drin sein wenn die denn drin ist das ist die dittrich tür ich habe keine mehr doch drei stück habe ich zehn prozent mit drei dittrich na dann mal los ich habe noch sechs ich habe die im lager ich habe gar keines den schlüssel hast du jetzt noch das heißt hier sind nur die batterien und so genau die kannst du da kannst du minimal ein bisschen geld rausholen das heißt wir wollen uns jetzt erst mal ratten hier wollen wir uns haben wir gehen erst einmal runter dann kann ich nämlich die waffe weg was gibt es denn für den ratten bürger tausend erfahrung nur den ratten bürger und das rezept ist das für eine scheiße warum machen wir das frage ist wie stellt man den ratten bürger her weil ich glaube nicht dass man dafür so viel braucht nein sie gibt uns der darf den ratten bürger und das rezept ja genau wollen wir alter wein machen es gibt ja auch eine erfahrung ich brauche irgendwas so waren sie tausend alter ja wo waren der ach du scheiße was wie heißt denn die mission das ist dieses teil von den blauen bauplänen ach so wollen wir die baupläne vielleicht holen welche baupläne na du hast doch die baupläne ich habe die noch nicht ach so ja ich weiß nicht es macht halt keinen sinn guck mal es bringt dir 10.000 erfahrung du musst die ganze scheiße hier suchen und kannst das ding dann eh nicht benutzen ach so was ist denn das ding vielleicht machen aber ich weiß nicht wo das teil liegt ja das weiß ich auch nicht das heißt wir gehen zum npc dorf und von da aus gehen wir dann da unten lang und dann gehen wir in den bunker ach nee äh da hast du für den äh hauptmann schon alle quests gemacht welchen na in der stadt in der hauptstadt ja weiß ich nicht meinst du unangenehme situation das ist ja die letzte die letzte mission ja die habe ich gemacht also hast du auch schon diese herz mission oder was das war was muss man da machen da musste man oben hatte musste man hier irgendwo hinlaufen und da was aus dem camp holen wie wie heißt denn die mission ich habe nur die englische ich weiß nicht wie die heißt das ist ich kenne nur die englische bezeichnung die hast irgendwas mit hard to hard talk oder so was ist das denn jetzt was soll denn auch kennst du das was das hier ja bringt nichts es geht es geht einfach manchmal manchmal ist es so gehst du immer noch außen rum hat er auch keiner gezeigt hat ich kevin extra gezeigt hier man kann hier einfach von hinten reingehen ich hatte die nur in dein verstecken kondom reingelegt was hier auf dem dach war wir sind dann noch wodka drin ich glaube ich hatte da irgendwie 50 wodka drin zu liegen komm ich kann es aber von hinten reingehen schön für dich das versteck ist gar nicht mehr doch ist noch da klar man kommt ja auch übrigens von unten ran es sind solche idioten ja das problem ist man braucht hier kein versteck hinlegen ist die lehrgeräumt ja das musst du irgendwo in nach dem book da legen um das irgendwie und selbst da finden wir wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch irgend so eine x-ray scheiß hier dass du alles durch die wand siehst ja da eigentlich hacker schluss das spiel aber naja